In Kapitel 3 beschäftigen wir uns mit alternativen Geschäftsmodelltypologien, die man in der Literatur finden kann. Aus der Vielzahl der existierenden Typologien möchte ich Ihnen drei etwas näher vorstellen, nämlich die von Michael Rapper, Paul Timmers und Bernd Wirz. Michael Rapper unterscheidet neun Geschäftsmodelle und erhebt damit den Anspruch, dass er alle möglichen ökonomischen Aktivitäten sowohl auf Konsumgütermärkten als auch auf Investitionsgütermärkten erfasst, die in und um und durch das Internet ermöglicht werden. Auf der obersten Ebene ist das klar strukturiert und die neun Geschäftsmodelltypen sind eigentlich auch sehr trennscharf voneinander unterschieden. Auf der zweiten Ebene konkretisiert Rapper dann diese einzelnen Geschäftsmodelltypen in weitere Untertypen, gewisse Ausprägungen und typischen Herausforderungen, die damit einhergehen. Wir haben das hier in der Übersicht mal versucht darzustellen. Probieren Sie das online einfach mal aus auf den angegebenen Link finden Sie diese Typologie von Rapper, die auch mit vielen Beispielen und tatsächlich auch konkreten Interviews mit einzelnen Akteuren verbunden sind und damit sehr sprechend wirken. Paul Timmers konzentriert sich auf den Investitionsgüter- oder B2B-Bereich. Seine Typologie von zehn typischen ökonomischen Aktivitäten fokussieren also insbesondere die Aktivitäten zwischen Unternehmen zur Weiterverarbeitung und erheben hier den Anspruch, eine möglichst vollständige Übersicht von möglichen B2B-Geschäftsmodellen anzubieten. Sie sehen hier die zehn Typen von Paul Timmers in der Übersicht. Sie kennen sicherlich einige dieser Geschäftsmodelle, die mittlerweile geflügelte Worte geworden sind, zum Beispiel den eShop oder den Third-Party-Marketplace oder die Collaboration-Platforms, die die Zusammenarbeit von Akteuren, zum Beispiel bei der Entwicklung von Produkten, organisieren. Bernd Wirz konzentriert sich ganz auf den Konsumgüter-Bereich, den B2C-Bereich. In Abhängigkeit vom Leistungsangebot unterscheidet er die sogenannten vier Cs, Content, Context, Connection und Commerce. Bei Content geht es um das Angebot von Informationen über digitale Medien. Beim Kontext werden diese Informationen abhängig von einem bestimmten Kontext gebündelt, aufbereitet und gefiltert. Bei Connection geht es um die Gestaltung von Netzwerken. Hier sind Netzeffekte besonders relevant. Denken Sie an soziale Netzwerke, die das Zusammenspiel von Gruppen über digitale Medien organisieren und ermöglichen. Bei Commerce geht es um den Fernabsatz von Produkten, Leistungsangeboten und Dienstleistungen, die über Online-Medien angeboten werden und die das typische Feld E-Commerce bedienen. Diese drei Typologien sind nur ein Beispiel für ganz verschiedene Arten von Ansätzen und Typologien, die Sie in der Literatur finden können. In Anlehnung an Veit et al. 2014 sehen Sie hier mal den Versuch, das etwas systematischer aufzubereiten. Sie sehen Geschäftsmodelltypologien für die IT-Industrie. Sie sehen dann Typologien, die durch IT ermöglicht werden. Und Sie sehen weitere Geschäftsmodelltypologien, die insbesondere branchenspezifische ökonomische Aktivitäten clustern und beschreiben, hier am Beispiel Banken und Versicherungen. Suchen Sie sich doch aus diesem Potpourri die Typologie heraus, die für Ihren Analysezweck am geeignetsten erscheint. Hierzu finden Sie in der Literatur auch weitere Ausführungen und ich ermutige Sie dazu, durchaus mal verschiedene Typologien auszuprobieren, die für Ihren jeweiligen Analysezweck durchaus unterschiedliche Eignungen aufweisen können.